Also ich bin Bianca Halletz, bin 17 Jahre alt, nächste Woche dann 18 und ich wurde damals als Kind, kann man schon sagen, von der Grundschule an bis, eigentlich hört das ja gar nicht auf, weil, eigentlich bis jetzt, aber so richtig Mobbing, würde ich sagen, bis zur achten Klasse. Ich habe in der fünften Klasse mein Handy bekommen, so ungefähr Mitte fünfte Klasse und da gab es dann natürlich schönen WhatsApp-Gruppen und sobald, also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich Angst hatte, was in der WhatsApp-Gruppe zu schreiben, weil ich wusste, dass die blöden Kommentare kommen oder man dafür irgendwie niedergemacht wird und selbst wenn ich mal was geschrieben habe, dann ist auch genau dieser Fall eingetroffen. Die Gründe, die es halt gibt für Mobbing, die finde ich sind an sich, wenn man logisch drüber nachdenkt, keine richtigen Gründe, aber ich würde sagen, das war halt einfach damals, ich war so ein Kind, das hat sich halt sehr an Regeln gehalten und mich hat es auch immer gestört, wenn sich welche daran nicht gehalten haben und für mich war ein ordentlicher Umgang auch schon immer wichtig, schon als kleines Kind und wenn sowas halt nicht da war, bin ich halt auf alles eingegangen, auf jede Kleinigkeit, auf jede Beleidigung, bin dann auch mal zur Lehrerin gegangen und was machen die Lehrer natürlich vor der ganzen Klasse, sagen, die hat gesagt und dann ist man natürlich gleich die Böse. Ich würde sagen, aufgehört hat das Ganze nicht, meine Kinder finden Spaß daran, Leute zu ärgern und sie finden Spaß daran, wenn du darauf reagierst. Das war mein Fehler, ich bin immer wieder darauf reingegangen, wenn sie mich beleidigt haben, wenn sie irgendwas gegen mich gesagt haben und deswegen hat es ihnen wahrscheinlich auch so Spaß gemacht, mich zu mobben und dann ab der achten Klasse würde ich jetzt mal so schätzen, da habe ich gesagt, jo, sagt doch, was ihr wollt, ein Ohr rein, anderes Ohr raus. Wenn ich jetzt mit dem, wie ich jetzt drüber denke, noch mal ganz an den Anfang zurückgehen könnte, dann würde ich ganz ehrlich sagen, jo, wenn ihr gegen die Regeln verstoßen wollt, macht es. Wenn ihr blöde Kommentare abgeben müsst, macht es. Ist mir egal, ich reagiere darauf nicht und fertig. Ich würde einfach viel mehr den Buckel runterritschen lassen, wie man so schön sagt, einfach ignorieren. Es hilft wirklich am allerbesten und es geht einem selber am besten damit, weil wenn man sowas schafft, dann schafft man es auch, die Leute herauszufiltern, die bei dem Mobbing nicht wirklich aktiv mit dabei sind. Das habe ich zum Beispiel geschafft, jetzt in dem letzten Jahr auf jeden Fall hatte ich ein paar Leute in meiner Klasse, mit denen ich auch immer in der Pause drum stand, mit denen ich mich unterhalten konnte. Ich glaube, wir waren so vier Leute oder sowas zusammen und das war dann auch echt angenehm, weil wenn dann jemand herkommt und sich irgendeinen blöden Spruch ablässt, dann hast du deine Freunde da, bist gleich noch ein bisschen selbstbewusster und kannst sagen, cool, was bringt dir das jetzt, das mir zu sagen, fertig. Also Hilfe holen sollte man grundsätzlich als allererstes mal bei Freunden oder Familie. Wenn man den Freunden nicht vertraut, der Familie kann man glaube ich immer vertrauen. Und selbst wenn dann so ein Satz kommt wie, so schlimm ist es doch nicht, dann soll man denen einfach erklären, für mich ist es schlimm. Vielleicht ist es für euch hört es sich nicht schlimm an, aber für mich ist es schlimm, das jeden Tag mitzuerleben in der Schule, wenn du dann auch noch sagst, dass du zum Beispiel Angst hast, in die Schule zu gehen oder schon Angst hattest, dich irgendwie nur anzuvertrauen, dann sollten die Eltern auf jeden Fall zuhören. Und ich würde keinen Elternteil kennen, die dann sagen, ja, also nochmal so einen Satz loslassen, weil wenn du denen klar machst, wie schlecht es dir damit geht, dann hast du auf jeden Fall deine Eltern auf deiner Seite und dann hören sie dir auch 100 Prozent zu.